Hi, ich bin's Jan. Ich singe und spiele Gitarre. Und weil das mit anderen mehr Spaß macht, habe ich die hier im Gepäck. Und zusammen sind wir die Straßenkoeten. Und falls ihr uns mal live mit anderen coolen Bands sehen wollt, dann kommt vorbei am 27.06. im Jugendhaus Herzogried. Also, wir sehen uns, bis dann und viel Spaß! Wir sehen uns, bis dann.